Nach welchen Kriterien werden Transportmittel ausgewählt? Nach welchen Kriterien werden Transportmittel ausgewählt? Nun, was könnten Kriterien sein, dass ich mich für ein bestimmtes Transportmittel entscheide? Zunächst einmal, was sind Transportmittel? Transportmittel sind zum Beispiel Flugzeug, das Schiff, die Eisenbahn, der LKW, das sind Transportmittel. Nach welchen Kriterien entscheide ich mich denn? Nun, da sind natürlich einmal die Transportkosten. Das sollte einem immer einfallen hier. Dann sind da aber auch die Transportzeiten. Es kann oft im Wettbewerb entscheidend sein, dass man schneller die Ware zum Kunden distribuiert. Also wie lange dauert das? Transportzeiten. Dann die Produkteigenarten. Wenn wir zum Beispiel sehr leicht verderbliche Ware haben, dann brauchen wir ein Transportmittel, das sicherstellt, dass die Ware schnell zum Kunden kommt. Produkteigenarten, wie zum Beispiel schneller Verderb oder auch Produkte, die besonders sicherheitsrelevant sind. Dementsprechend müssen wir das Transportmittel auswählen. Und die Umweltbelastung, das ist ein Aspekt, der ist in den letzten 20, 30 Jahren wichtiger geworden, weil es auch mehr wahrgenommen wird. In der Außendarstellung des Unternehmens wird es mehr betont. Von den Kunden wird es mehr wahrgenommen. Deswegen spielt die Umweltbelastung hier eine Rolle. Ja, zum Beispiel zwischen die Entscheidung zwischen Lkw und Bahn. Ja, man sagt, die Bahn kreiert da weniger Umweltbelastung als die ganzen Lkws. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.